Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute wollen wir uns Dekoratoren zuwenden und dazu mache ich jetzt tatsächlich einfach mal hier alles weg und wir schreiben uns eine Function Irgendwas, ne doch wir schreiben uns eine Function Foo und diese Funktion wird einfach nichts weitermachen außer ich hier Return 42 zurückzugeben so und wenn wir diese Funktion jetzt aufrufen wollen dann kann man dazu ein Decorator benutzen zum beispiel das heißt wenn wir jetzt hier sagen Oder man gibt sogar hier oben schon bei der definition den decorator an Und ich mache jetzt tatsächlich doch mal ein paar haben rein weil wir die noch nachher brauchen werden Paran so und jetzt sagen wir einfach mal 42 rein und 42 wieder raus das ist wieder mal die Identitätsfunktion so und jetzt basteln wir hier uns eine dekorator oder decorator funktion und die werden wir hier einfach mal benutzen Für. Unsere funktions fu das heißt wir sagen hier funktions benchmark Und diese funktion oder ich nenne sie sogar benchmark deck für decorator diese funktion bekommt jetzt hier eine funktion Also eine funktion f als parameter und dann eine parameter liste tatsächlich Die übereinstimmen muss mit der anzahl an parametern von der funktion die er dekorieren wollt Oder in manchen sprachen gibt es auch solche mechanismen dass man hier eben parameter listen hat das heißt man ja hat hier tatsächlich Eine liste also im endeffekt schon param aber dann tatsächlich eine liste aus allen parametern hier drin Und die werden dann einfach hier alle reingestopft das heißt es ist hier wirklich ja das machen wir dann am ende noch mal Das ist aber wirklich von der sprache sehr stark abhängig und hier wollen wir jetzt einfach sagen okay Start ist gleich time punkt time Dann wollen wir die funktion aufrufen und zwar mit dem parameter ganz normal hier sollte ich vielleicht auch noch semi kohlen hinpacken Und dann wollen wir endzeit berechnen end ist gleich time punkt time Dann sagen wir def oder wir geben einfach die differenz aus print Start Ups end minus start logischerweise so okay und was jetzt hier passiert ist Wir rufen sozusagen eine funktion f auf das heißt was wir jetzt hier machen und benchmarken die das heißt was wir jetzt hier machen Müssten theoretisch für fu wäre wir müssten benchmark boden strich deck aufrufen Und wir müssten dann gleichzeitig noch fu als parameter reingeben und dann 42 als parameter reingeben so Und in dem fall macht es natürlich auch durchaus sinn aber man hat sich jetzt gedacht mensch das machen wir noch ein bisschen cooler Wir machen das als sogenannten decorator das heißt wir schreiben meistens ist es so ein ad Und schreiben hier drüber bench mark boden strich deck und dann wird jeder aufruf von fu also egal wo in eurem code ob der hier ob der hier Sonst irgendwas jeder aufruf von fu wird jetzt hier mit diesem decorator Dekoriert das heißt ihr leitet automatisch jeden aufruf von fu also das hier leitet ihr weiter als aufruf von benchmark deck Mit dem parameter der funktion also fu und dem parameter hier drin Und das ist natürlich extrem mächtig Weil ihr jetzt jeden aufruf benchmarken könnt das heißt ihr könnt aber auch zum beispiel sowas machen das ist sehr sehr häufig dass man die deprecated hier als Als kleine ja sozusagen Bench nicht benchmark als als decorator darüber stellt das bedeutet man hat hier einfach ein ad Deprecated und deprecated ist dann wiederum einfach eine methode die dann einfach ins log rein schreibt Hey diese funktion ist veraltet bitte benutze die und die funktion Stattdessen oder benutze eine andere funktion stattdessen das heißt das ist jetzt einfach eine funktion die was für euch lockt und loggen ist auch was Was man sehr sehr gerne mit Mit eben solchen decorator macht weil dann eben automatisch die funktion Gepiped wird in eine andere funktion rein und dort drin kann man dann natürlich super sagen Okay ich habe jetzt das und das und kann dann noch log erstellen dazu in dem ich hier einfach zum beispiel Adlog vorne dran schreibt habe ich das schon erreicht dass hier überall automatisch diese logs eben erst entstehen Und das ist natürlich super mächtig Und jetzt möchte ich aber noch ganz kurz auf diese zwei verschiedenen arten eingehen und zwar entweder habt ihr hier oben tatsächlich die exakte anzahl an Parameter das heißt wenn ich jetzt hier param 2 habe dann kann man diesen benchmark hier nicht mehr als decorator verwenden weil welche eben zwei parameter drinnen haben Und der aber nur einen unterstützt das kann passieren aber es gibt andere Programmiersprachen je nachdem eben was ihr benutzt die bekommen hier tatsächlich eine liste an parametern Das heißt ich nenne jetzt einfach mal p hier das heißt p wäre für unseren aufruf von fuh Wären wir wir geben jetzt hier einfach mal fuh von 42 und 1337 rein Dann wäre ich hier wenn wir das wirklich diesen aufruf also speziell diesen aufruf hier dekorieren Wäre p gleich die liste aus 42 und 1337 Da muss ich natürlich hier auch f wieder mit dem richtigen parameter aufrufen das heißt p von 0 P von 1 und so weiter und so fort das kann euch beides passieren ihr müsst euch dann immer auf die auf die Programmiersprache verlassen Decorator sind nicht wirklich häufig unterstützt mittlerweile oder bislang aber ich finde es eine coole sache und ich wollte es euch auf jeden fall nicht Vorenthalten deswegen ja das als kleine informationen es gibt diese zwei verschiedenen varianten die muss man natürlich beachten aber Ansonsten solltet ihr mit so einem decorator immer gut dran sein und ja wir hören uns beim nächsten mal bis dann